ARD Text im Auftrag von Funk 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 Jetzt ist bloß die Frage, wo sind alle hin? Wenigstens ist hier ein Geländer dran. Wenn ich hier rauskriege, muss das auch nicht rüberfallen. Gut. Merken, hier geht's runter. Mal gucken, warum geht's da hoch. Wo- Aua. Ja, danke für diese Erleuchtung. Okay, Frage. Knast oder nicht Knast? Da saß man hier einfach nur gesellig und hier nicht so gesellig. Wie geht's runter? Hier geht's runter. Hier aber nicht. Okay. Weiter hergangen. Und ich bin wieder draußen. Bin ich jetzt unfreiwillig fertig gegangen? Na, ich denke mal weiter. Gut, dass ich schwindelfrei bin. Sonst... Böhööö. Ja, ich muss runtergehen. Aha. Hier war ich schon. Denn hier bin ich reingekommen. Ich habe jetzt den Drang, hier runter zu springen. Dann habe ich halt den Drang, hier runter zu springen. Okay, hier lang, erschlossene Türen, dann weiter runter, denn das Ziel ist ja runter zu kommen. Also Abkürzung finde ich schon mal ziemlich viel, aber ich mache hier keinen Speedrun. So, dann komme ich da rüber. Da sind alle Fenster offen. Und wo komme ich hier hin? Zu vielen, vielen Räumen. Was? Warum Ist hier ein Raum mit so viel Platz? Ich fühle mich hier voll unwohl. Das ist, äh, so groß. Herzlich willkommen zur Kruse, jetzt verläuft sich doch nicht. Hier muss doch noch mehr sein, als dieses sehr elends große Raum. Ich halte mich mal einfach links. Gut. Bin ich echt schon wieder hier? Okay, dann laufe ich da auch nicht links. Und laufe hier lang. Das war jetzt wieder over. Also zu over für mich. Das geht immer noch weiter runter. Ja, das könnte von NC Escher sein. Das ist der berühmte Raum mit den vielen Treppen. Auch wenn es nicht wirklich so aussieht, als wäre es, äh, verwirrend. Das wird hoch und runter. Öh. Ähm. Hm, dann doch. So, ich hätte gesehen. Keiner gesehen. Ja. Herzlich willkommen. Kruse, jetzt rennt. Wie ein blöder Hin und Her. Wie ein blöder Hin und Her. Nur um zu zeigen, wie geil der Spiel ist. Achso, ich bin jetzt bei diesen verschiedenen Fenster. Ja, dann muss ich halt hier eine Treppe runter. Und noch eine Treppe runter. Schon bin ich eben nicht geschossen. Zumindest von diesem Bereich. Mit dem vielen Fenster. Ich bin jetzt hier runter. Und hier bin ich jetzt links. Und hier bin ich jetzt links. Jetzt bin ich tatsächlich bei den Kolben, die immer rein und raus fahren. Na viel Spaß. Ja wirklich, aber auch nicht irgendwie die Taschenländer dabei, oder? Okay. Ich muss anscheinend hier hoch, weil sonst habe ich keinen Weg gesehen gerade. Und hier runter. Oh, ja. Bis ich eine Tür finde, die mich rausbringt. Oder ein Fenster sehe, was mich irgendwie... Ängstlich stimmt. Ich muss jetzt nicht über die Kolben springen, oder? Okay. Wie komme ich hier weiter? Ähm... Ich würde gehen... Hm, gut, dass das so kaputt aussieht. Ja. 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 Ich glaube, dass passiert jetzt noch ein paar. Ja. 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 Aber hier komme ich nicht weiter, oder? Ist das gut? Ein Loch. Okay. Ich hätte jetzt immer wieder was Neues. Und freut sich, dass du... Nein! Das man doch nicht, äh... Nichts, wenn ich zerspringen muss. Äh, das ist gut. Ah, das ist gut. Und in der Vorsprung und dann. Äh... Bin ich aber noch ein paar Punkte? Nein, ich bin nicht auf. Das beruhigt mich jetzt überhaupt nicht. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Ich kriege das noch hin. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Ich bin nicht auf der Plattform erreicht. Ah, das ist gut. Ah, das ist gut. Und... Nicht springen im Sonne. Und... Und links gehen. Ganz positiv. Ganz positiv. Nicht runterfallen. Nicht mit dem... Absprachen. Absprachen. Soll man... Rüber? Uuuuua. Lass mich in der Mitte gesaved haben. Ehm, danke! 膿... So... Du kommst raus, du kommst raus. Dann komm ich auf den rein. Dann komm ich auf den. Richtig. Fährst raus. Du fährst raus. Du fährst raus. Ich kenne dich. Der wieder rein, fällt wieder raus, der wieder fährt raus, einfach drauf, ok. Gut. Dann kommen wir jetzt hier rauf, springen wir jetzt da rüber. Ich freue mich, dass der mich da rüber lässt und dann komme ich zu dem da. Und dann springe ich hier rüber und bin komplett safe. Das Erste. Ich gehe hier rein. Und fühle mich hier vorne. Wir sind hier auch. Hier. Ok. 05V 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 jetzt stehe ich hier auf der plattform und äh was gestehen muss ich das spiel ja schon mal gespielt haben und 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 hallo Plattform, ouch! gut ich lebe noch Nein, ich bin nicht selbst so weit gefährdet. Ich werde das Spiel jetzt weiterspielen. Und das war zu tief. So unglaublich. Ich glaube, ich muss auf die Platine runter aufschwimmen. Ups, aua. Bevor sich der Brocken da nach innen verabschiedet. Keine Ahnung, was das darstellen soll, aber es krabbelt da runter und geht dann hier rein. So, genau wie der da irgendwo da unten reinkrabbelt und er da hochkrabbelt.